Heute sind wir im schönen Dortmund und Nuri Sahin winkt uns heran. Na dann. Nuri. Hallo Sebastian. Dass ich Sie hier treffe. Wie geht's? Das ist ja verrückt. Sehr gut. Und selbst? Alles gut, ja. Nuri, 40 Kilometer Luftlinie vom Signal Iduna Park geboren. Was bedeutet Heimat für dich? Heimat. Ja, Wohlfühlen meiner Zeit in Dortmund. Das ist Heimat für mich, ja. Und deine türkischen Wurzeln, wie oft bist du da? Allein schon durch die Reisen zur Nationalmannschaft bin ich ja mehrmals im Jahr da. Die türkischen Fußballer in der Fußball-Bundesthemen. Da gibt es ein paar, die schon mehr Tore erzielt haben als Uri Sahin. Die Rangliste. Haben Sie die drauf? Wer hat die meisten? Halleluja. Gut, sehr gut. 58. Dann? Puh. Giri Reim? Ah, echt? Hat der mehr Tore als ich? 32. Ist ja Wahnsinn. Ja. Erdal-Keser? Na. Doch. 27. Ex-Torte. Ja, aber die krieg ich ja noch. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. 20? Kann das sein? 27? Das ist ja mal 18. 18 habe ich? Ne. Doch. Okay. Ja, okay. Dauert nicht mal lange, habe ich dir. Bis 58 ist ja nur noch ein kleiner Schritt. Das wären zwei Spielzeiten. Ja, 58 wird schwer. 58 wird schwer. Zwei Spielzeiten. Ja, wenn ich wie Zorki jeden Elfmeter nehmen würde, dann würde ich es schon besser. Mit den Elfmetern? Nein. Nein. Mein Zug ist abgelaufen mit den Elfmetern. Ja. Aber jetzt muss ich selber noch rein. Aber da habe ich auch ein Rekord, oder? Vier in Folge? Ja. Ich glaube, ja. Das schafft nicht jeder. Nein, das schafft nicht jeder. Aber es streckt sich auch nicht jeder so in die Richtung an, muss ich ehrlich sagen. Ihr Sohn ist jetzt drei, geht in den Kindergarten? Ja. Und will immer das Trikot vom Papa anziehen, oder? Ah, er hat einige Trikot. Er hat ein Trikot von Marco, ein Trikot von mir und auch sein eigenes. Im Moment trägt er sein eigenes. Da steht sein eigener Name drauf. Das findet er am besten. Wenn Marco Reus, das ist ja ein gutes Stichwort, zu ihm kommt und sie fragt Nuri, sag mal ein paar gute Argumente, warum mitbleiben soll. Ja, es gibt viele gute Spieler, aber Marco ist ein Spieler, der immer das 1-0, also fast immer das 1-0 macht und torgefährlich ist und da wird es sehr, sehr gute Angebote geben. Ich kriege das ja auch mit aus der Presse. Und wenn Marco mich fragt, klar, da gibt es tausend Argumente, warum man bei Borussia bleiben soll. Aber das muss er selber für sich entscheiden. Nur aus der Presse natürlich. Nein, wir reden auch. Wir sitzen auch in der Kabine nebeneinander. Es ist ja klar, dass wir miteinander reden. Und ich weiß, wie der Stand ist. Aber wie gesagt, ich kann Marco nicht sagen, Marco, du bleibst hier. Würde ich sehr gerne machen. Aber das muss er selber entscheiden. Was für ein Gefühl haben Sie denn? Geht oder bleibt er? Ich denke, dass er bleiben wird. Sie haben in Fairnaut gespielt, Real Liverpool. Warum ist Dortmund der beste Verein? Ich habe mein erstes Derby mit zwölf gespielt. Mein erstes Tor für Borussia im Derby in der CU umgeschlossen. Ja, ich komme aus dem Umfeld und da bist du entweder ein Blauer oder du bist ein Dortmunder. Und ich bin Gott sei Dank ein Dortmunder geworden. Ein BVB-Fan hat gesagt, man hätte ausscheiden sollen aus der Champions League, dann die Euroleague gewinnen, weil der Euroleague-Gewinner sich direkt für die Champions League qualifiziert. Kann ich schlecht sagen? Ja, natürlich nicht. Aber ich denke, es gibt ja auch die Möglichkeit, über die Champions League sich für die Champions League zu qualifizieren. Sprechen wir über das Wochenende. Gladbach am Sonntag. Warum sind die im Moment scheinbar unbesiegbar? Ich hatte mal ein lustiges Gespräch mit Alexander Frey, der hat gesagt, was vor zehn Jahren war. Er kann dir sagen, ob du damit links oder rechts in einer Situation im Spiel geschossen hast oder nicht. Das fand ich total lustig. Brauchen wir natürlich noch einen Tipp von dir? Wie geht das aus am Sonntag? Ja, ich sage, dass es 2-0 für uns ausgehen wird. Wir werden die BVB-Fans sicherlich sehr interessiert zuschauen am Sonntag und hoffen, dass sie dann ganz schnell wieder fit sind und eingreifen können. Vielen Dank. Danke auch. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao.